willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ich fange heute mal an mit dem dorfbesuch ein meiner member und ich es gibt eigentlich ich weiß gar nicht wie oft ich das heute morgen mich gefragt habe warum warum das also ich hätte jetzt die folge auch sagen oder schreiben lassen können ich scheiß drauf oder ich raste aus oder was auch immer keine ahnung aber warum stellt sich mir hier die frage warum hat jemand helden im bau ist dann ist natürlich im klankrieg dabei hat nur eine kleine 30er clanburg ja also rathaus 9 niveau ist mir jetzt eben aufgefallen weil ich jetzt eben die klaren bogen alle voll gemacht habe bei den leuten denn wir spielen mal wieder 1 dk hurra und es kommt noch besser also ich denke mal dieses zeichen dieser grüne kreis hier um den king und um die um die kaserne herum deutet darauf hin dass sie jemand boostet ja also richtig hart boostet ich habe mir das ganze nur eben schon mal angeguckt und stelle fest dass im armeelager keine truppen auftauchen ja da tauchen gar keine truppen auf im armeelager immerhin baut er die aus aber ich meine warum boostet man dann ja unter die queen noch im bau und jetzt im ck mit dabei ja und dann fing das ganze drama an wie viel sollte morgen leider wieder mal auf wo ich hier die klaren bogen voll mache fiel mir das ganze auf dass es jedoch unterschiede gibt nach wie vor also ich brauche mir einige basis hier nicht anschauen aber bei einigen komme ich echt nicht rum rum drei kobolde eben mal geben aber bei einigen komme ich echt nicht rum rum das bin ich selber 1 2 3 und was gutes ja geil was gutes was ist ein gut das ist gut für dich mensch was ist denn gut für dich das wissen wir doch alle nicht das müsst ihr doch selber wissen wenn ihr doch eine base baut dann hat hat man doch in etwa ahnung was für die base vom design her unter umständen die beste truppe ist zum verteidigen sage ich jetzt mal so da muss ja nicht so sein so doch wenn er kriegt noch ein magier 123 gehen gar nicht so viel rein muss ich gerade mal so feststellen dann machen wir das hier auch so dann werden die mal voll hier die 35er hex und blitz zauber für zig ja und damit fing das drama an und da kommt da packen einfach nun rein da packen einfach nun rein und dann haben wir die nämlich gleich voll die klaren bogen so viel superlakein wie möglich das ist schon mal keine schlechte aussage finde ich die aussage finde ich sehr sehr gut ich brauche verstärkung ist auch immer wird auch immer sehr gerne genommen muss ich sagen wird immer sehr sehr gerne genommen ich brauche verstärkung dann habe ich gesagt wird immer sehr sehr gerne genommen und elektro drachen und ich brauche verstärkungen für sebastian ja und dann guck sie rüber kommen da gehen wir mal ein hund rein ist egal leute ist jetzt ist mir jetzt auch egal ehrlich jetzt muss ich doch mal gucken das habe ich nämlich nun zu wenig und dafür drei superlakeys zu viel gemacht weil ich gedacht habe die gehen eigentlich alle in die klaren bogen rein in die aber gar nicht gehen die aber gar nicht und deswegen muss ich jetzt noch mal vier minuten warten auf was eigentlich 23 23 glaube die kommen noch davor die kommen noch davor habe ich jetzt weg gemacht habe ich die jetzt gelöscht wo sind die hand dahin oder wandern ach das waren die hexen das waren die hexen okay naja das waren die hexen alles klar seht ihr und so bringt mich das ganze hier so ultra durcheinander 292 und noch einen davon dann müsste es wieder fast fast passen an ich warte ich habe ja hier so ein paar gebaut so so passt es wieder und das passt natürlich gar nicht hier denn ich wollte danach ein hybrid spielen also vielen dank für den tipp gestern spiel doch mal lalo toller tipp wirklich ein toller tipp lalo zu spielen das mache ich natürlich sehr sehr gerne oder zu üben ja oder oder zu üben auch nicht schlecht als 23456 sie machen und 10 10 so auch nicht schlecht ein paar lohn ja lass mich mal ruhig gerade ein bisschen bauen leute und paar noch davon ein davon noch mehr davon was so und ein davon zauber war schon fertig perfekt ja und dabei ist mir das ganze dann so ein bisschen aufgefallen dass hier einige ihre klaren bogen noch nicht ausgebaut haben dann ist mir auch aufgefallen dass das wir hier so helden haben ich will jetzt kein nieder machen hier oder so ne also ich meine wenn ich das sehe dann gehen bei mir die nackenhaare gehen bei mir wirklich die nackenhaare hoch dann schreibe ich auch noch eine mail ja ich schreibe auch ich bin auch noch so dusselig und schreibe auch noch eine mail eben sebastian und serkan bitte sebastian ck base bauen sebastian und serkan clan brauch ausbauen einfach nur so als tipp ja dann gehen da auch andere truppen rein nämlich zum beispiel superlakein wenn die nicht ausgebaut ist auf 35 platz gehen die da nicht rein nicht weil das nicht der platz ist sondern weil die klaren buch nicht den level hat und dann gucke ich mal so ach da gucke ich da gucke ich doch mal so so ein glück der sebastian ist schon drei tage offline meine eltern haben mir das handy weggenommen da könnte ich ausrasten ehrlich und wenn du dann koks da hat er hat er eigentlich eine ganz normale bäste rat aus neuen bäste da oben stehen die restlichen mauern ja und dann fiel mir eben noch so einer auf der hat eigentlich eigentlich hat er alles eigentlich hat er alles jetzt muss ich mal gerade gucken wer es eigentlich war ich glaube der kings fort war es oder ja wir hatten sie ja sie ja sie ja sie ja und im ck hat er irgendwo ich glaube der ist mit der beine kings fort ist mit der war ja wohl und hier hat er irgendwie so eine rathaus neuen bäste das das fällt einem ja sofort auf also kann ich gleich die nächste mail wieder los treten kings fort bitte base umbauen auf rathaus 10 niveau kopierte irgendwo eine weg scheißegal hauptsache was jetzt rathaus 10 base und nicht diese neuner hier und die klaren buch hat aber ausgebaut na klaren buch hat er ausgebaut damit wenigstens die superlaken da reingehen auch mann was ist hier verrückte welt echt warum macht man das ich will mich da gar nicht mehr so ganz ganz so groß über aufregen ich meine ihr habt jetzt wahrscheinlich erwartet ich mich über die klaren spieler auf nein um gottes willen warum sollte ich mich über die klaren spieler aufregen so eine tolle sache hier ein paar punkte einzufahren für immer die gleichen belohnung die es gibt hier gibt es auch nichts spektakuläres außer diese flasche hier außerdem supertrank ich finde das ist das beste was es hier gibt der supertrank und alle anderen sachen kannst du irgendwie knicken die sind immer so da ja und eine ganz große enttäuschung warum 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 gibt es hier schon wieder elex ich könnte ich könnte den ganzen ich könnte hier einen halben tag ab ab lästern und ab geiern warum gibt es schon wieder das gab es vor einer woche das wollte keiner haben dann gab es eine woche lang gold 500.000 und jetzt gibt es wieder elex ja ich weiß ich nehme es ja damit es weg ist echt elixier gold elixier drei wochen für nix hier wöchentliche angebote was mir aber aufgefallen ist ist wenn man eine klaren book hat und hatte noch nicht ganz voll dann also meint meine ist natürlich jetzt befüllt ich kann mir meine ja jetzt selber füllen im moment ich kann mir meine ja selber füllen wenn ich möchte mit super truppen die ich nicht habe und die auch kein anderer im clan hat das ist eine gute sache wenn ich nicht gerade die kampfmaschine auch brauche dann ist das sogar eine ganz kostengünstige sache kostet unter 30 überfallmedaillen und ist eine gute sache lustigerweise kannst du dir selber nicht die klaren book hier füllen im zicker na das geht leider nicht dafür muss es wieder dann anderer tun und der hat dann keine super truppen deswegen fordere ich meistens hier mit dem avatar weil mit dem spende ich meistens und der hat jetzt die super truppen superlakaien zum spenden deswegen schreibe ich hier immer dran ein hund drei bogies zwei headhunter weil ich gar nicht darauf hoffe dass jemand anders super truppen hat da ich jetzt mal ich meine jetzt müsste ich natürlich jeden einzelnen wieder überprüfen aber einfach mal ehrlich du brauchst auch bald ein buchhalter um hier die leute zu überprüfen spiel die überhaupt spiel ich meine warum kommt ihr hier rein ich freue mich dass wir 42 sind ja bin ich total cool höchster ratungslevel nach rolle nach aktivität und meist gespendete truppen da geht schon los da können wir hier dann hier unten anfangen 000000000000000 und einige haben immerhin was bekommen ich meine wenn sie an nichts spenden dann sei es drum aber ich meine der sebastian hat vor drei tagen sogar 30 truppen erhalten da frage ich mich warum warum hat er 30 truppen erhalten sogar uschi hat 93 truppen erhalten und nichts gespendet okay bei uschi kann nichts verstehen eine gespendete truppe sarah hammer eine gespendete truppe warum bist du eigentlich im klarkrieg dabei warum bist du nicht dabei das baut kein held aus du hast zwei stück hier in king deine queen und hast sekal sterne ein warum heute was ist hier los verkehrte welt hier oder ich bin nur hier gebeutet mit meinem clan könnte mir doch erzählen was er wollte die wollen mich alle verarschen hier die wollen mich ja alle total veräppeln ey sag mal aber 28 angriffe gewonnen und kein verloren warum spielt man da nicht mal einen klarkrieg kann doch nicht schaden oder ist doch nicht tut doch nicht weh ich meine ist doch guck mal ist sogar ein gutes dorf ist sogar ein gutes dorf okay ist noch ausbauer fähig sicherlich noch nicht so lange auf dem rathaus level aber was ich hier sehe sind 240 truppen ich meine das ist erstmal nice to have nee das ist must have eigentlich ich habe eben noch wieder ein zehner gesehen der nur 200 in den elfer habe ich glaube ich sogar gesehen elfer mit 220 truppen warte mal lassen wir mal gerade gucken elfer mit 220 truppen warte mal warte 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 war er war mit 220 truppen warte warte war er es hier elfer mit 220 truppen 235 ne der war es nicht das dann dann war es irgendjemand anders leute ihr habt es nicht anders gewollt ihr wollt ein lalo von mir sehen okay dann sollte auch ein lalo von mir bekommen ich soll damit ich soll damit üben okay ich übe da mal mit und wo graus und graus ich habe gar keine supermauer brecher das natürlich fatal das ist mehr als fatal würde ich sagen denn ohne die geht es ja fast gar nicht mehr also ich würde mir mal wieder ein turnier wünschen ohne super truppen ohne super truppen und wo so ein bisschen was im bau ist und wo wir auch ein bisschen ja wieder so ein bisschen oldschool werden so ein bisschen oldschool spielen können oder aber wir suchen uns hier eine ck base auf die wir üben können das zum beispiel nix aber der zu wenig loot für uns ist ein lud muss ja auch haben wenigstens so ein bisschen da war der worten außen das war auch keine echte base die sieht schon nach einer echten base aus hier ich sieht nach einer echten base aus aber es ist mir zu stark ich meine okay ich kann natürlich jetzt alles gibt mir die mit stark sind aber warum mache ich das eigentlich ja das freut mich auch warum meint das eigentlich warum warum single entfernen oder kämpfe ich nicht gerne gegen an muss ich sagen und hier ist das rad aus da ganz ganz uns ganz da hinten das mit der weg auch mal wieder ein bisschen zu weit da sind die fehler da ist der ortler und die hinten ist auch was da ist es sind ja eigentlich schon zk base es jetzt suche ich hier schon wieder viel viel zu lange das ist ein einziger so ein könnten eigentlich machen da fehlt ein held das ist ja ist dann auch nicht richtig zk like auch nicht richtig zk like ein bisschen bisschen wehtun drei helden da hinten auf einmal okay aber single inferno zeit für ein klatspiel habe ich gar kein klatspiel angenommen ich habe gar kein klatspiel angenommen okay ich habe kein klatspiel angenommen was müssen wir machen verdiene eine sterne mit einem mehrspieler kampf mit ein baby daran ich habe ein dabei sehr schön tut mir leid leute dass er jetzt unnötig hier minutenlang mehrmals wieder beim suchen zugeguckt habt wo ich mich ja eigentlich so frage warum machen wir das hier eigentlich alles warum macht ihr das eigentlich alles mit mir hier ihr wollt mich doch auf die schippe nehmen oder das ist doch eure absicht das weiß ich ich kriege das raus ich kriege das wenn ihr mich irgendwo auf den arm nehmen wollt und hier einfach in den klaren reinkommt und hier so tut als wenn hier friede freude eierkuchen ist und da muss ich euch leider nach vier tagen wieder kicken ich weiß auch gar nicht warum wir den klang hier angezettelt haben naja irgend irgend irgendwas sollte das schon sein egal wir gehen immer rein weiß auch gar nicht warum ich warum ich gerade diesen diesen ausgerechnet machen hier hier ist mein baby da haben wir schon entdeckt guck mal jetzt muss ich gleich mal meine mauer her spielen sehr cool der tesla geht allerdings noch weg ja das ist schön okay dann kann ich gleich mit meinem augen her spielen 123 wie viel braucht man dafür für seine mauer hier okay da brauchen wir noch ein paar mehr für zack da geht die wieder rein sehr schön sehr schön da geht die queen da schon mal rein das schon mal nett ein head hunter hierhin und kommt 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 und noch vielleicht ein paar mauer brecher vier stück eins zwei drei vier deine mauer rein jawohl ja läuft doch so geht das wenigstens etwas wenigstens etwas so hier kannst du rüber jumpen miss es also du kannst es machen du musst es nicht du kannst es machen du musst es nicht so king habe ich schon gezündet und dann können wir gleich eigentlich unseren lalo starten frage ist nur von wo wir das machen wir haben ja nämlich noch alle luftabwehren offen nehmen wir erstmal den royal champion hier mit rein queen ist da sogar gehüpft sehr schön und wenn die zweite luftabwehr dort fällt dann fällt da gleich auch ein bisschen mehr ging es schon dauernd ok queen darf man nicht da und gehen und dann würde ich sagen gehen wir doch immer so rüber und nehmen den hier so nehmen ihn hier nehmen ihn hier und ein zwei drei vier den hund noch mal nach da so jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen ps machen mal 1 2 3 4 1 2 3 4 und nehmen jetzt mal hier in die pflicht so hier ist nämlich noch eine queen die müssen wir noch erledigen sehr schön da haben wir noch ein headhunter für hast ja wohl komm 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 noch mal speed noch mal speed noch mal speed hier und beide hier gefrostet jawohl clean up 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 ich habe nicht mal mein felsenwerfer gebraucht ok lalo warum spiele ich das nicht öfter ich meine ok schlechte ausrede mal wieder der hatte mal wieder keine klanburg warum hat der kleine kam noch weil ihm niemand truppen gegeben hat weil ihm niemand truppen gegeben hat leute ihr merkt selber ich bin irgendwie so ein bisschen aufgebracht gerade aber ich musste diese folge einfach warum nennen warum und können wir weiter können wir weiter üben den lalo oder in kümmer weiter üben würde ich sagen abgeschlossen jawohl und belagerungsmaschine schnell ausbildung ja auch mit den auch tatsächlich mit den mit den normalen mauerbrechern geht das also vielleicht könnt ihr mir die kommentare schreiben warum ist das ausgerechnet im klaren herausforderer hier so ein krampf wo ich mich jetzt mal wieder dazu durchgerungen habe dass wir einen klarkrieg spielen und dann habe ich natürlich vorher nicht geprüft wie ein buchhalter sind meine mails eigentlich auch alle da kämpfen die auch vielleicht alle die grünen sind nein bisschen geht ja auch auf vertrauensbasis aber scheinbar geht es doch nicht naja wir haben ab morgen wieder ein paar plätze frei hier also bewerbt euch ruhig ab rados 13 aufwärts aber wir können es ruhig ein bisschen runterstellen aber nur noch auf einladung also offen für alle leute das schenke ich mir jetzt ehrlich das schenke ich mir jetzt nehmen wir mal okay wir nehmen dann mal ab elf ja ein paar zwölfer obwohl elfer haben wir auch genug ab der gesehen nehmen wir die mal ab zwölf und das betraf eigentlich nur dieses offen für alle nochmal deswegen habe ich das auf 13 gemacht aber nur noch auf einladung also ich glaube offen für alle mache ich hier nicht mehr das ist nur kampf und chaos du siehst ja was sie dann in den klaren hinein kommt wenn ich den fertig kurses habe und ihr dieses video hier gesehen habt hoffe ich dass es euch trotzdem gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da also ein like und abonnieren nicht vergessen und am kanal dran bleiben ich wünsche euch noch eine schöne restwoche ich habe nämlich jetzt urlaub bis dahin euer toto clasht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020